wir sind hier beim donnerrückgrat kram wir haben hier eine quest abgegeben dadurch ist der hier erschienen wir sind auch vor kurzem level 67 geworden können einen punkt ausgeben wir kommen erst hier hier hin wenn wir da zwei punkte rein machen dann nächst ich hätte halt zwei punkte gerne hier aber wir können kriegen nur noch einen punkt für hier rechts ja müssen wir mal gucken so hier mir die gesegnete besiegte elemente ich bin bereit denke ich ach da kommen noch mehr alter was seid ihr denn schweine und jetzt ein großes elementar und wir haben natürlich keine energie mehr groß das war jetzt aber nicht nett kollege alter wollt ihr mich verarschen die kloppen auf mir rum ich mag das nicht alter war seine scheiß quest die windweise hat euch angekündigt aha keine schwäche ich zeige keine schwäche guck mal ich habe hier alleine die gekillt so nur kehrt zur ältesten nasen in terra kalt zurück also haben wir es geschafft das ist schön wir müssen hier hin zurück wir haben alle quest fertig ok das ging doch recht flott jetzt hätte ich eigentlich nicht erwartet so da hast du deine sachen da ist die quest rellen der gelehrte bietet eure opfergaben in der opferhöhle da und erfahrt jede von renns lehren so wir platzieren das hier hallo fackel erhalten hammer schattenspinner getötet schattenspinner getötet ok sperr erhalten donnerrückgrat getötet rennen wird lernen wie man einen sperr benutzt aha ok bogen erhalten bogen erhalten und dann die liefern getötet und damit sind wir fertig dann können wir zu ihr zurückgehen ja kriege ich jetzt auch im bogen und sperr ohne fackel ich habe schließlich die ganzen sachen gesammelt angriff auf nokut der letzte ahne besiegt balakar khan und er beutet das medaillon der an beim angriff der nokut die mutter ah ja dann schon christ wo ist ja dann lenden wir das einmal aus so wir haben noch quest abzugeben und zwar da da drüben alles klar ok zurück an den heiler untersucht das ritual der uk auf dem grabhügel in der nähe auch dort drüben ritual unterbrochen kollege leute ich bin auf eurer seite wie den kann ich nicht köchner sperr erhalten müssen wir den jetzt mit abgeben den sperr das wäre nicht cool wie geht es euch ja habe ich keine schwäche schänder der vernichtung tötet schänder der nokut und grabstörer der uk und erobert die armen waffen zurück die sie gestohlen haben was reagenten zur end nekromant nekromantierung sammelt vier intakte schädel von auferstandenen gefährten und sechs klumpen heiliger erde das müssen wir natürlich wieder komplett alleine machen da habe ich heute auch ein schönes video gesehen also das war so ein kurzer clip auf facebook den ich da gesehen habe und zwar quests in spielen der hatte nichts und zwar ging es darum man wird von den npcs immer durch die gegend geschickt man soll da angreifen man soll da angreifen aber wenn dann die frage kommt und was macht ihr wir warten hier so erde komm mal hier her oh nein das wollte ich nicht wollte ich mich verarschen so waffe haben wir eine da intakte kriegen wir von denen die waffen nähe auch die intakten schädel da haben wir noch eine waffe ja von wen von wem bekomme ich denn die waffen eigentlich da habe ich noch eine waffe so okay das bedeutet wir brauchen jetzt nur noch wie viel erde brauchen wir noch drei ja gut von denen müssen wir noch fünf killen aber den müssen wir nicht killen oder die luft steht still wir nehmen martin hier so schädel haben wir auch alle wir brauchen jetzt nur noch zwei von den idioten da so einer noch und dann haben wir die quest fertig und dann müssen wir sie da drüben abgeben ok hier ist irgendwie kräuter kunde wir sind trotzdem nur einen punkt hoch gestiegen komisch ich habe gedacht wir kriegen jetzt jedes mal wenn wir eine hochblume sammeln fünf fertigkeitspunkte ich will das mal gucken wo ist hier diese kiste unten das ja es war ja klar du mich auch okay so dann was haben wir eigentlich gekriegt drachen insel artefakt so er steht schön hier drüben und wartet dass wir die quest abgeben schön aus der entfernung beobachtet ich hasse es zeigt keine schwäche oberwandale zambul bezwingt auf sehr zambul ruht euch aus den war das zähne darum gelaufen ist nein wo ist er denn da vorne ja ja das ist der dem wir wo ich schon gesagt hatte ok komm mal herrkulig nein vogel weg wo ist wo ist wo ist okay haben wir auch gemacht das gibt jetzt aber nebenerfolg oder ja diese quests werden wir morgen annehmen ich muss mir jetzt erstmal was zu trinken holen ich mache mich einmal unsichtbar dann bis morgen